So, willkommen zu einer neuen Folge Pokemon Go. Ich gucke wieder mal auf den Bildschirm und es ist eigentlich schon ein bisschen düster, aber mit der neuen GoPro ist das kein Problem. Ich möchte nämlich meinen Pfand wegbringen. Guckt euch das an. Heftig Pfand wegbringen und das ist jetzt wieder ein Gewinnspiel-Video. Da geht es wieder um die Wurst, sage ich mal. Das erkläre ich euch aber jetzt auf dem Weg. Ich habe nämlich Ultra-Stress, das erkläre ich euch aber auch später. Und dann ist auch noch der Stream und ich versuche das, dass ich das Video dann irgendwann nach dem Stream raushauen kann. Bis dahin bringe ich den Pfand weg, wie gesagt. Muss nochmal mit dem N-Wel mich kurz schließen, telefonieren, irgendwas machen. Sieht lustiger aus, wenn man hier rumläuft und die Hand dahin hält. Ihr könnt wieder was gewinnen. Ich habe ja schon Tipps gegeben. Ein was, was ich auf die letzten beiden Gewinnspiele... Was halt mit den letzten beiden Gewinnspielen zu tun hat, plus aktuellen Bezug zum Halloween-Event. Letztes Mal gab es das Ash-Cab-Pikachu als Shiny. Davor gab es das Weltreise-Cab-Pikachu als Shiny. Und jetzt gibt es natürlich das Halloween-Pikachu als Shiny mit dem Makabaya-Kostüm. Wer das also noch nicht hat, kann gerne mitmachen. Dazu blende ich dann wieder einen Hashtag ein, den ihr unter das Video schreiben müsst. Auslosung ist wieder am Montag. Montag 21 Uhr beim Chill mit Ramses Livestream. Ab 20 Uhr startet der Stream am Montag. 21 Uhr ist direkt die Verlosung. Ihr kennt ja die Regeln. Ihr müsst den richtigen Hashtag hier und das Video schreiben. Unter dem wird dann ausgelost. Und ihr müsst Montag anwesend sein im Stream. Das ist wichtig. Nicht, dass da irgendwelche Fakes unterwegs sind oder sowas. Ich bringe jetzt den Pfand weg. Danach melde ich mich. Ich muss mir den Hashtag noch ausdenken. Ach Quatsch. Den Hashtag blend mal einfach jetzt ein. Und dann schreibt es einfach drunter. Und dann könnt ihr dabei sein. Montag 21 Uhr, wie gesagt, ist die Auslosung. Mit dem letzten muss ich mich noch kontaktieren. Mit dem Gewinner. Den muss ich mich noch befreunden. Muss das dann rüber tauschen. Wenn ihr noch keins habt, dauert das nämlich 30 Tage. Ansonsten können wir das direkt tauschen. Ihr könnt also ein Shiny Makabaya Pikachu mit Kostüm gewinnen. Was es dann ja jetzt nicht mehr gibt. Das Ash. Nicht das Ash. Das Weltreise kommt ja zurück. Schreibt einfach den Hashtag, der eingeblendet war, unter das Video. Das war es dann auch schon von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out, Vorhaut, euer Ramsus.